Hallo Philipp, grüß dich, der Christian hier. Ja, ich wollte gern nochmal ein weiteres Testimonial für dich hier dalassen. Es hat sich jetzt bei mir gestern einfach eine coole Sache ergeben und da wollte ich dir einfach nochmal ein kurzes Feedback, ein kurzes Dankeschön auch mitteilen. Also ich habe ja den Kurs bei dir am 10.01.2019 gekauft und habe jetzt nach, ja doch, es waren drei Wochen, den Kurs durchgearbeitet, dann auch deine 33-Tage-Challenge angefangen. Und mir ist es gestern gelungen, meinen ersten Kunden zu closen. Also im Prinzip nach der ersten Testwoche konnte ich den Kunden überzeugen, dass er mit mir weiter zusammenarbeitet, sodass ich jetzt den ersten Umsatz in Höhe von 1.200 Euro gesichert habe, nach nicht mal drei Wochen im Kurs. Und ich finde das einfach bemerkenswert, ich finde das Hammer. Ich finde, da hast du einen ganz, ganz großen Anteil dran, weil du hier wirklich eine super coole, einen sehr, sehr guten Kurs gemacht hast, super coole Leistung. Und ich freue mich einfach immer noch über die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, bei dir mit in den Kurs reinzukommen, mit in die Mastermind rein. Und wollte dafür einfach nochmal Danke sagen. Also ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man nach drei Wochen den ersten Kunden für über 1.000 Euro closed. Und dafür einen herzlichen Dank, Philipp. Und ich freue mich weiter, mit dir zusammenzuarbeiten, weil wir haben es jetzt auch gerade am Freitag gesehen, wo ich das Thema hatte, dass meine eine Kampagne nicht angelaufen ist. Und du im Endeffekt aus Amerika mir da inzwischen Feedback gegeben hast, mir geholfen hast, wie wir die Kampagne korrigieren können, was ich tweaken muss, sodass das Teil anläuft. Und ja, es funktioniert jetzt auch besser als vorher. Ich bin begeistert, weil ich muss jetzt einfach die Woche abwarten, aber vorher ging gar nichts und jetzt läuft es dir wenigstens an. Ja, also das ist bemerkenswert, wie viel Energie du da reinsteckst und wie du uns da alle unterstützt. Und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen und hoffe, dir damit auch zu helfen mit dem Testimonie, weil ich glaube, das ist für alle sehr, sehr viel wert. Danke einfach und bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.